Herzlich Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Röntgen For Honor. For Honor hatten wir lange nicht mehr, deswegen gibt es heute auch ein wildes Special. Und zwar legen wir heute los mit 5 Runden, mit 5 unterschiedlichen Charactern. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und wenn ihr mehr For Honor sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ja, 5 Season 1 startet jetzt bald. Oder vielleicht, wenn das Video online kommt, ist es schon gestartet. Aber alles in allem bin ich sehr hyped und freue mich auf neuen For Honor Content. Los geht's! Das wird sich anfühlen wie eine Bahnerschlacht. Weil sie nicht mehr den Kampf getragen soll. For Honor! Okay. Wir kriegen das hin. Peter, du kannst mal mit mir zum B gehen? B ist ziemlich easy zu halten. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier bin. Weil jeder muss mal kämpfen, ja? Das hier ist selbst ein Verteidigungskurs. Ah, es gibt ja, genau. Du kannst in der Tat auch seine Teammates angreifen. Es tut mir leid. Das kannst du nachher bei Gipi rauslassen, die Boot. Nee, nee, ich habe keine Boot. Ich habe Verzweiflung. Also, es ist alles Verzweiflung gerade. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich einfach an nichts mehr erinnern kann, von dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Aber ich kann dir vorher einen Tipp geben, ja? Bleib nicht unter Brücken stehen. Das ist immer noch wichtig. Okay, sehr gut, sehr gut. Nein, ich habe mein Maid was versaut. Das tut mir leid. Das habe ich von Vex gelernt. Also, es war. Oh, ich habe uns Hilfe. Ja, das ist halt, das ist gerade so ein bisschen mit der Steuerung wieder. Ich muss echt wieder reinkommen. Hey, es macht ja wieder Spaß, der Lawbringer. Ich bin einfach den Lawbringer. Wie ging das nochmal? Mit dem Blocken, so. Ich bin nicht gestorben. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ich habe dem auch Schaden gemacht. Das ist auch okay. Jesus, ey, ich werde so auf die Fresse kriegen heute. Ich war es okay. Warte, welchen spielst du doch mal? Et mortem inimicus. Pia spielt Berserker. Exten? Ja, ja, mit den zwei Exten. Ah, okay, okay. Jawohl, Pia. Oh nein, der ist ein Spann. Ja, der hinter mir. Den habe ich nicht wahrgenommen. So, ich sehe. Oh Gott. Scheiße. Ja? Aber gut, du hast dich bewegt, Vex. Ich hoffe, du stehst gut auf B. Oh, was geht denn da los? Oh. Ich bin gesabwitcht. Lawbringer. Erstmal wieder reinkommen. Und der will natürlich keine Maschine, aber geil ist er schon. Oh fuck. Nochmal. Okay, wo warst du? Ich bin tot gewesen, weil du mich alleingelassen hast. Ich habe versucht, Dalu zu helfen. Wo warst du, Vex? Wo war Gondor? Ich wurde vor zwei großen Bändern gesalvaged. Wo war Gondor? Fühlen wir erstmal einfach so, so ein bisschen. Wie geht denn eigentlich diese Chain nochmal, mit der man Mops-Fmack macht? Leichter und harter Angriff gleichzeitig. Wer denn bist du da gerade runtergefallen? Zwei Leute sind da runtergefallen. Bei mir sind jetzt auch zwei, leider. Ich echt überguss. Oh, da schmutzt ich. Hab. Ah ja. Okay. Alles klar, wir haben B. Wir haben unsere Westentasche. Oh Gott. Wer ist denn hier so clean? Ich wusste gar nicht, dass das geht, übrigens. Ich bin ja krass. Ist man, ist das eigentlich unhöflich, wenn man sich bei so einem Kampf mit reinhaut? Das ist halt das Gegenteil von For Honor. Ist das halt das Gegenteil von For Honor? Bisschen. Ich weiß nicht, machen wir das nicht. Ich weiß es nicht, deswegen habe ich gefragt. Nein, du kannst hier schon. Das zählt nur in Tui-Tui-Tui. Wenn ich es nicht machen soll, dann mache ich es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, du, das ist nach eigenem Ermessen, ob du denkst, die Gegner haben es verdient oder nicht. Wenn du an Karma glaubst, mach es vielleicht nicht. Darf ich wegschlagen, wenn ich es dann nach eigenem Ermessen gehe? Das schaffst du eh nicht. Ich weih aus. Du weih aus. Bist du dir sicher? Ja, pass auf, pass auf, komm. Pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Pass auf. Ja, ja. Kann ich nicht anvisieren, das ist mir das Ganze so ein bisschen schwierig. Ja, und jetzt der Double Heavy. Boom. Boom. Hey, der Lowbringer macht ja wieder richtig Spaß. Ich habe ganz vergessen, wie cool der Charakter ist. Oh Gott. Nehmt es noch? Hey. Wie war das mit nach eigenem Ermessen? Ja, dann habe ich wohl keine Ermessen jetzt auch. Besser. Oh shit. Oh Gott. Ja. Wir kommen immer die Überbleibsten von Pia ab. Leider sind die sehr stark und groß. Ne, das Schöne ist, die sind dann alle schon angeschlagen. Ja, angeschlagen. Ja, die haben 10% AP verloren. Ne. Im Herzen hat er mehr verloren. Oh. Oh. Ich kann diese Map nicht machen. Was geht da oben für eine Party ab? Das ist das, was abgeht. Das ist das, was abgeht. Das ist das, was abgeht. Das ist gut. Ja. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt geht es aber ab hier. Au. 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 Au, da habe ich richtig gefressen. Nach eigenem Ermessen stehe ich jetzt erstmal hier hinten. Da fühle ich mich wohler nach eigenem Ermessen. Ah, das ist die neue. Nein. Ich habe vergessen, meine Siegespäße einzustellen. Ich habe vergessen, meine Siegespäße einzustellen. Jungs, Bengel. Nein. Nein. Das war gut gemacht. Ja, ja, ja. Come on. Come on. Hello. Oh, oh, da. Ich muss da noch einen Spot verteidigt. Ich muss noch irgendwo hinlaufen, ne? Nee, der Letzte wurde gerade exekutiert. Ja, ich habe euch gerne gecarryt. Kein Ding. Ich hoffe, ich habe noch viel von den Lärm. Der eine hat ja rechts einen geilen Move. Der habe ich auch gekauft. Also Pian Mitte und dann nach rechts. Yes. Die Map kennen wir jetzt schon. Immer der Nobushi-Nachlauf. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist die, die holtest du hier. Also nicht du. Drei. Das ist doch schon mal gut. Sechs ist die hübscheste hier. Ja, exakt. Sorry. Mit dem schärften Schlag. Da ist einer, der will nicht zu mir. Der läuft weg. Wo ist es direkt unser? Bei mir sind alle vier. Wir stehen so mit großen Drohungen schon da. Das ist unglaublich. Okay, bei mir ist es nicht. Soll ich jetzt trotzdem nicht auf A gehen? Nee. Du kommst, wenn. Also bleib mal in der Mitte. Weil der Laufweg ist über dich. Die werden auf dem Boss herbeischauen. Ah, ist gut. Du bist aufgelöst, sterben. Ihr könnt die Minions, die kommen halt wieder abschlachten. Okay, jetzt kriegen sie erstmal hier ins Ort und werden hier runterkommen. Ah, okay. Wenn wir 300 Punkte haben, das ist halt schon ganz gut. Ich glaube, der hat sich verlaufen. Ich hatte einen massiven Leg. Achtung, hinter euch kommt. Ich habe massive Legs. Jetzt hast du beide teilt oder was? Ich hätte gerade zwei. Bewegst du die Maus? Ah. Was? Nein. Der ist einfach nur ein Sprung, der Charakter. Der war erst einen Meter wo und dann war er woanders. Achso, nee, das ist der Charakter. Ah, das ist der Charakter auch. Okay. Cool. Es gibt Charaktere, die können sich teleportieren, ja. Ähm, ich habe... Drei Stück in der Mitte. Ich sehe Wächs da rumliegen. Ja, ich... Ich mache knapp einen Mittagsschlaf. Drei Stück kommt... Vier Stück in der Mitte. Einer der Lowest geht auf einen anderen Spot. Cool. Ihr macht jetzt gleich trotzdem wieder Mitte, wenn ihr respawnt. Und dann wieder zu Gipi. Wieder zu Gipi ist schwierig. Ich war noch nie bei Gipi, aber ja. Drei Stück bei mir. Oh. Wir wollen die Rosen sehen. Die Rosen. Alter, wollen wir nicht drüber helfen gehen, Wächs? Drei Stück. Nein, erst Mitte. Erst Mitte. Wenn die Mitte geholt ist, dann könnt ihr zu mir kommen. Zergen ist immer schlecht. Wir sind smarter als die Gegner, ja. Die haben keine Ahnung, was wir machen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mache. Du bist halt auf Speed und FitZet. Das ist ja... Es kommt zu mir, es kommt zu mir. Wächs, bist du hier? Es war ja einfach nur eine Schlägerei, ey. Nimm mir nur den einen ab. Wenn man mir... Okay. Welchen nimmst du? Die gehen halt auch nicht. Ey, ich nehme mir den Hintergrund. Es war einfach nur eine kriminelle Schlägerei. Hast du dich verprügelt oder was? Ja, verprügelt ist da gar kein Ausdruck, ey. Okay, das ist ein Spieler, den ich nicht spielen möchte. Das ist ein Spieler, den ich nicht spielen möchte. Ach klar, der kann nix. Jetzt gemeinsam einfach draufschlagen. Und wenn er Rage hat, blocken. Ja, easy. Ey, gute Arbeit. Wenn du heilen willst, wenn ihr heilen wollt, dann müsst ihr zu mir auf den Spot kommen. Ich mache hier nur, ich clear hier nur ein bisschen durch. Und da würde jemand gekillt haben, die kommen jetzt, ne, Pia? Ja, die spawnen jetzt wieder. Ich steppe sowieso. Ich komme. Ich komme dir entgegen. Geh du auf den Spot, bleib du auf dem Spot. Ne, ist gut. Der ist weg. Nein! Zu mir? Ja. Ich sehe dich. Let's go! Zwei Stück hier. Ich komme. Alter, leider gerade nicht mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe mich leider geschlagen, statt um zu... Lass uns mal... Ein Meter nach hinten gehen. Mh, danke. Ich komme leider da nicht hin. Lass mich mal kurz hier. Es ist halt zu eng hier. Ich kann dir da stehen. Ja, ja. Alles gut. Wir haben uns gegenseitig getötet. Das ist ein One on One. Fuck, so. Ich hätte ihn haben können. Ich wollte zu viel. Ich dachte, ich kriege ihn, dass er nicht dodgen kann. Du musst mir bei sowas sagen, ob ich reingehen soll oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich störe oder ob ich... Ja, ja, genau. Bei der Situation war es ganz gut, dass ich meine Rage benutzt habe. Wenn du aber merkst, der drückt von hinten die ganze Zeit auf mich ein und der steht zwischen uns, dann kannst du den auch wieder aufschauen. What the hell? Schade. Das wäre schön gewesen. Ich bin jetzt auch mit bei dir wieder. Die Lilly-Budas wieder, ich mache das einfach ein Roundhouse-Schläge. Ja, der versucht so viel. Also jeder zweite Schlag von ihm ist am Blockgebild. Okay, nicht gut. Ich bin runtergedingst worden. Ach, du hier bekommt Besuch auf A. Ah, er schlürft mich hier auch runter. Kann ich ihm wirklich nur ein Light drücken? Ist das alles, was ich machen kann? Ich glaube, ich kann halt wirklich einfach nur ein Light Detect drücken. Ja, der denkt Liebe, das Bobo. Der blockt nur halt von jedem meiner Stunts raus. Das ist echt krass. Aber der kann auch nur ein paar Chains. Also er macht immer das Gleiche eigentlich. Also die beiden, ich glaube, ich würde auch im Tour und One gegen die Chains. Aber ich weiß nicht, ich kann zu wenig Schaden für einen Parry machen, leider. Gehen die mehr? Oh, schade. Drei Stück auf C. Ich kann es gegen den Tensei nur ein Light drücken, aber da brauche ich halt 100 Stück. Einer. Nein, es sind nur zwei. Mann. Ich dachte, oh Gott, die wäre von uns. Oh, damit haben sie es aber. Warte, 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 warte. Warum macht er meinen Eingriff nicht? Nicht dumm? Also ja, aber. Nicht dumm. Na, aber das ist da. Hallo, aber ich glaube, du bitte auch nie. Ist jetzt ein 2 auf C. Da, also ich kann ja nicht wirklich viel machen. Alles gut. Ich warte gerade nur auf den richtigen Moment. Ich muss, aber mir einer ist. Was war denn das für ein Angriff? Oh Gott, ich muss diese ganzen Charaktere lernen. Ich habe einfach nur bei jedem einzigen Kampf, wenn ich da bin so. Okay, der dodscht auf jeden Fall immer. Oh, er heult. Ich habe das Gefühl, wenn die in dem T4-Perk ist, greift die schneller an. Aber es... Kann sie sterben am Gift? Nein. Later. Nein. Ist das ein Momentum eigentlich? Verdammt. Ist nur einer drauf, der andere ist tot. Sehr gut. Du siehst ihn vor dir, oder? Ja, ja, ja. Der kann, der kann auf Range angreifen. Der bericht. Alles gut. Ich komme wieder. Es kommen zwei zu dir. Das schaffe ich nicht. Also, zwei kriege ich ja gar nicht hin. Sobald zwei da sind, bin ich einfach raus. Mhm, hast gut. Das geht noch gar nicht. Boah. Ganz schlecht, aber noch gerettet. Ich komme hier nicht weg. Yeah! Let's go! Ich habe gerade erst mal meine neue Kinder dazu gesehen. Nice. Mit der Blöten. Oh, die sah so gut aus. Und dann... Habt ihr noch einen Gegner irgendwo? Ja, zwei Stück auf C. Okay, dann hin. Wir können alle hin. Alle nach C. Let's go to the sea. Oh Gott, der Arme. Crispy Fries schlägt auf Gipi. Oh, oh. Crispy. Oh. Hier kommt der... Die Rosen, die Rosen, die Rosen. Nee, ich komme zu spät. Er sieht ziemlich nur raus. Ich gebe ihm ein bisschen Schläge. Oh, oh. Oh, oh. Mal hin. Aber die Rosen hatten wir ja schon. Aber die Rosen hatten wir ja schon. Hat das eine starke Runde, ja? Jetzt. Aber da sind die Rosen, ja? Yeah. Verweckt. Ah, schön. Hat der nicht? Nee, ich habe mich nicht umgedacht. Weil der ist... Weil er zu schlecht für den 42. Account war. Also... Euch gehört... Die Mitte hat B. Ja, und dann... Ja. Und dann A, ja. Der spielt mit meinem May-Character, ja? Pass auf. Der sitzt hier wild. Zwei Stück bei mir. Ich brauche dich hier gar nicht. Ich gehe da weiter. Ich bin echt schnell. Ich bin nicht ready. Ich bin 2-in-1, muss ich ehrlich sagen. Keine Ausdauer mehr. Scheiße. Ja, vorderkarte. Ich habe dein Gesicht gesehen und dann wurde alles schwarz. So viel Angst bekommen? Deine heiße Tapete. A oder B jetzt? A, ne? Ja, A, SGP. Ich komme zu A. Oh, Mann, die laufen weg. Gibi! Gibi, ich komme. Gibi, bist du bereit? Bin dir alleine. Gibi! Warte. Gibi, ich bin da. Deine ist schon low. Ja, er verkehrt mir irgendwie den falsch. Oh, das geht nicht. Ach, nein. Danke, das war sehr wichtig. Wir sind beide low. Pia! Ich habe nochmal Rage, jetzt weg. Ich gehe weg. Nein, die hauen ab. Pia, ich jage die. Ich laufe. Nein, 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 du bleibst. Achso, ich bleibe, aber ich will den töten. Ja, ich habe den. Oh, bin wir los. Ich habe den. Ja! Ich habe ein HP, Pia. Gibi, gibi. Wir haben das. Boah, war das Stress, ey. Wir haben das. Oh, ihr habt schon geschäbert. Es kam wieder zwei zu mir. Ich komme, Gibi. Okay, hilf mir. Ja, hilf mir. Ich komme. Ich komme. Bitte vorbei. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wo das Bord ist. Gibi, ich bin da. Hi, Bruni. Das war schlecht von mir. Das kostet mich. Das konnte ich nicht abbrechen. Scheiße. Oh. Ich komme, ich habe Hilfe, Dalu. Wait. Brauchst du wirklich Hilfe? Nein, ich kann nicht, wenn du nicht weißt. Komm, Pia, du schaffst, dass ich bin da. In deinem Geiste. Also, ich gucke dir zu. Jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du sterben. Was? Ich bin gestorben. Oh Gott. Ich bin gestorben. Du wächst, es da, du stirbst. Das hat sich ein Zeichen. Die Raum betreten, Tod. Oh, und wächst noch mal Pia wieder. Ja, 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 ich halte euch. Ich halte euch den Weg. Weil ich nur da herkomme, da bin ich lachen kann. Oh, danke schön, danke schön. Du kannst auch rüber sippen. Oh, jetzt haben sie mich, jetzt haben sie mich. Oh, ja, pass auf. Ich brauche Hilfe. Guck mal, Pia, was ich cooles habe. Warte. Wie du Kott die Sipplein? Was hast du denn? Guck mal. Alter, ein fucking Englisch. Ich kann sich von der anderen Seite wächst. Du kannst dich von ihr hochsippen. Hast du schon mal hier mal gesehen, der eine Sipplein hochsippt? Außer der Rocksoft mit ihrem Tool. Ja, wenn du stattfindet. Mach ich ständig. Zwei in der Mitte. Hast du nicht eben gesagt, können wir dir mal die Mitte zeigen? Kom, Vex. Ich sehe alles. Ja, Zeit, den russischen Format rumzubringen. Ich bin da. Oh, hier ist einer. Oh, er haut ab. Der läuft weg. Der läuft weg. Nicht nur zur Situation. Der läuft weg. Der läuft weg. Oh nein. Du blockierst das. Komodisch. Vex, Mann. Vex, du bist im Weg. Hier ist die Polizei. Die Range. Vex. Vex, wo bist du? Oh, ich bin neben dir. Oh Gott. Ja, ich sterbe. Wie du stirbst. Ich bin tot. Vex, komm rüber gesippt. Oh nein, ich bin so da. Du kannst doch nicht. Wir haben den verfolgt. Ich habe gedacht, du bist die Polizei. Ja. Alter, Vex. Ich habe einen Beinschuss bekommen. Warte auf den Shovel Knight. Ich bin kaputt. Vex, du Eubel. Was habt ihr überhaupt auf C gemacht? Ich habe vor kurzem Pause gemacht. Vex ist gestorben. Komm, bist du AFK? Zwei Stück auf A. Ja. Hier, laufen. Ja, ja, ich bin gerade. Nach rechts. Hier ist Krieg. Ja, ich laufe. Keine Mittagspause. Ich war tot. Tut mir leid. Ich sterbe nie wieder. Mann, ey. Bleib dir einfach stehen. Sehr gut, sehr gut, Pia. Wir sind wieder zwei. Ich habe es drüber, die du auch mal gewusst. Ich muss bitte helfen. Du musst bitte die Viecher wegmachen. Ja, ja, let's go. Da freut sich zwei auch, bitte. Ja, das sind nur Minions. Die sind alle auf C. Bei mir sind es. Ja, bei mir sind auch zwei Minions, aber die haben mich. Die großen Bedrohung gespielt. Ich habe den Kuh geräumt. Ah. Ja, das habe ich gemacht. Mir hat auch gespielt. Ja, ja, ja. Ich habe es schon gesehen. So. Wohin jetzt? Ah. Oh Gott. Oh Gott, das sind drei. Komm, Gippi. Yo, shit. Lass dich nicht mongern. Ich kann von dem nicht weg. Hallo. Wir sind gestorben in der Mitte. Okay. Gippi, ich will jetzt einmal erst kurz zu dir kommen. Und bis die anderen respawn sind. Die anderen gehen dann. Oh, ich werde angegriffen. Okay, dann bleibe ich kurz hier. Und muss mal wen verprügeln. Aber auch einer eine. Er hat nichts mehr. Hier sind zwei bei mir. Oh Gott, oh Gott, Peter. Was ist denn hier los? Da braucht einer eine Abreibung. Ich merke schon. Ja, die sind leider drei Stück auf C. Ja, ich gehe C. Ich habe die Ausdauer von mir als Grundschüler, ey. Hattest du noch mehr, oder? Nee, gar nicht noch mehr. Da war ich noch draußen, da Fußball gespielt. Bitte mal, ich schaffe es gerade noch so zur Küche. Hä, ich habe gedacht, ich habe damit Hyper-Armor. Erst beim zweiten. Was ist denn passiert? Shit, Alter. Nee, wenn ich mit A reinspringe und von oben einen Angriff mache, müsste ich Hyper-Armor haben. Und der bin ich immer trotzdem abgebrochen. Die sippen hier. Ich brauche einen Call aus der Mitte. Bex, was machst du denn die ganze Zeit? Ich lege auf dem Boden und entspann mich. Hyper steht schon wieder rum. Ich bin gerade gespawnt, Junge. Tut mir leid. Man. Gipi ist der Ausbilder, ja? Und er hat genug Fuß im Schiff. Ihr wollt was lernen, dann müsst ihr jetzt auch loslegen. Ihr wird nicht rumgestanden. Wann ist Berichterstattabgabe? Es sind zu viele Gegner. Da kommt endlich wer. Ich habe Corona. Bleib weg von mir und sterbe ich. Ich habe schon gesehen, dass du Corona hast. Nein, ich, ach man, ist das ärgerlich. Ich dachte, ich habe die Range perfekt abgemessen. Ich wollte ihn in die Bärenfalle springen lassen. Hast du den Ideal an dem Bittschirm gehalten, oder was? Ja, ich dachte, das klappt. Aber ist doch noch einen Meter weiter ge-eatet. Ja, ich bin still. Gipi, ich lieg schon wieder. Lass uns kurz, lass uns kurz unseren Base-Spot holen. Was ist das denn? Oh, scheiße. Moment, Bex, wo bist du? Ich bin auf B. Ah, ja, okay. Sehr gut. Hat er gesmoked und wurde einfach von mir gehalten. Okay. Dann, ja, werde ich nicht schaffen, dich aufzunehmen. Ja, ist gut. Ich glaube, C ist frei gewesen. Oh, shit. Nein! Dann vorbei und auf den Spot. Nein! Dann vorbei und auf den Spot. Corona, 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 ich komme nicht raus. Ich komme nicht weg hier. Mann, dir blockt mich da. Block ich einfach runter. Was ist das für eine Fähigkeit, die er hat, dieses Kronen? Äh, scheiße, wer hat den Pfeilhager geschossen? Die britisch instant tot. Die zieht ihr Leben ab. Die, nee, macht die eigentlich gar nicht. Echt? Nur wenn jemand anderes mit drin steht. Du musst dann, also wenn du diesen, du das abbekommen hast, dann darfst du nicht in dem Kreis drin stehen. Also der, also jemand anderes darf nicht in dem Kreis stehen. Du musst dich dann, ich hab C geholt, ich hab C geholt. Schade, Anfang war geil, Ende war kacke. Jeder darf nicht drin stehen. Okay. Joy, magst du bitte nicht Sachen klauen im Wohnzimmer? Cool. Ist das ein Hund? Ja. Nee, mein Mitbewohner. Ja, das darf doch nicht. Weiß ich nicht. Kann ja sein. Ich hab nur gehört, dass irgendwas umgefallen ist. Kannst du bitte keine Sachen. Hallo, lässt du das bitte liegen? Das sind meine Süßigkeiten. Ist einer low-gep. Oh nee, der hat den aufgehoben. Achtung. Also einer von denen hat sehr wenig HP. Wer hat den? Ich glaub, die raffen nicht, dass die auf A drauf müssen. Die raffen vorne und hinten gar nichts. Nee, lass dich auch weiter, einfach nichts raffen. Was, der war, der hatte 5 HP, warum bist du umgedreht, Wex? Weil der wieder zu mir kommt. Ja, der hat 5 HP, mach den doch nicht. Ja, der ist tot. Und der ist dann zufrieden? Hä? Junge. Der hat so eine kleine Tour de France gemacht. Nein, ich Idiot. Der macht nur Leidetext, ne? Jetzt komme ich nicht mit. Ja. Allerdings. Das ist so ärgerlich, dass du, du trägst eine Stangenwaffe als Raider und packst die aber einfach vorne an, dass du so eine Reichweite von einem Meter nicht mal einen Meter hast, ja, dass du die als Küchenmesser nehmen kannst. Warum hat denn der, was ist, was ist denn mit dem? Ich liebe sie. Hä? Die fallen, die, die, die stehen mir auch. Was, was, was ist, was ist denn mit der? Lass mir den Wex. Wenn sie Bär besiegt, dann lass mir den bitte, ja? Ich bin nur hier auf dem Jax zu sagen. Ja, lass mich. Was ist das für ein Scham? Da liegt übrigens eine Falle. Kannst du da kurz reinrennen, nur um die zu entschärfen? Wo ist die Falle? Einfach geradeaus laufen. Noch ein Stück. Okay. Okay, danke. Oh Gott, ich bin... Ja, reicht. Ah! Da hab ich sie reingebettet. Sterb ich so doof? Ich bin tot. Ich hab dich eventuell getötet, ey. Was? Mein eigenes... Mein eigenes Fleisch im Bruch, würde ich sagen. Dafür, dass wir Brüder sind, stehst du aber ganz schön auf mich. Habe ich eines festgestellt. Du bist hervorragend im Schreien. Was dich, ja genau dich, perfekt für eine Stelle in diesem Video macht. Alles, was ich hier für bräuchte, ist einfach nur Hentai. Na, was ich schreie? Moment, Wex. Und ich sitz da so und bin so, hä? Hast du das nicht onstream geschrieben, den Text? Das hab ich ausstream geschrieben. Ich hab das doch gesehen. Du, Schamör, du hast das wahrscheinlich nicht mal selber geschrieben und in den Chat schreiben lassen. Ne, ne, ne. Die haben alle gesagt, ich soll wie ein normaler Mensch schreiben. Ja, ich hab gedacht, das ist ne Anfrage, die ich mit dir bekommen habe. Oh, ne, da ist der Fette. Oh, dein Cupix für drei Tage. Was ist das denn? Hallo? Sorry. Wie nennst du mich? Ne, schon okay, schon okay. Ich weiß, Umzugstress und so. Ne, das ist der, der mit dem Dano Leute fertig macht. Ich hab ihn. Oh, gute Arbeit. Ich hab ihn. Okay, ja, ich hab immer Stress. Zwei auf C. Gut, dann erst mal hier clear. Wex hat mir unter einen Post geschrieben von mir, dass er einfach mal ne Handynummer haben möchte, um mir versaute Sachen zu schicken. Hä, ne, ich, äh, ich... Doch, hast du genau so geschrieben. Schickst du mir auch versaute Sachen, wenn ich dir meine Handynummer gebe? Ich weiß nicht, was das ist. Ja, ich war kurz davor, dir ein Bild zu schicken, wie ich einfach nur mein Kostüm, äh, Peace zeig. Ich will keine sexy Wälder von dir. Das ist das aus Japan, das ist aus Japan, ja, das Kaoke-Kostüm. Du bist davor. Einfach nur als Hinweis. Ah, also ich will es eigentlich schon sehen. Ja doch, ja, morgen, wenn du aufwachst. Das ist das, was du siehst, wenn du Twitter öffnest. Wenn ich dir meine Handynummer schicke, kriege ich das in der Flucht von dir zugeschickt mit morgen. Und noch viel mehr. Also, okay. Wex. We told my Alabama. Noch viel mehr gibt's dann. Ich hab nicht das will, Mann. Ich überleg mir das noch, ja. Sugar-i. Sugar-i. Ich mach grad meinen Haarkalender, bevor alle Haare wechseln. Musst du sie abschneiden, ja? Ja, ja. Nächste Woche. Hallo, warum macht er das denn jetzt nicht mehr? Aber ich dachte, du wärst so gut dabei gewesen. Au. Oh, es ist mir leid. Das war ein Glückstich. Ja, das war ein erster Stich. Ah, das war ein Glückstich. Fieser Shogedi-Kampf. Ah. Wir verlieren. Ah. Au. Oh, der kann einen ja runterdinsen. Ja, der kann sich auf die draufsetzen. Und sich einfach runterschlagen. Ich muss da hin, die muss mich heilen. Hier sind zwei Stück auf C und die blocken mich komplett. Ich kann da nicht... Oh, scheiße. Ich werde einfach nur sterben. Ihr müsst kämpfen. Ich hab zwei aber bei mir. Boah, jetzt, Pia, deine... Deine Zeit. Es ist deine Zeit, Pia. Warum hast du es nicht gefinished? Und wir lupfen hier. Hey, ich wollte dir lassen den Kill. Ist das der Bot? Der war kurz vor Rage. Warum tötest du ihn nicht einfach? Lupf den Wengel doch wegs hier. Komm. Ich muss mich ausgeben, Wengel. Achtung, Wengel. Du musst einen Salzkreis drumrum machen. Er ist verrückt geworden. Ja, ich werde ihn besänftigen. Oha. Ich komme sogar runter. Ich bin weiter. Ich glaube, die verstehen das Spiel so überhaupt nicht. Ey, Wex und ich, wir wissen, was wir machen. Aber jetzt werde ich in die Kirche gehen. Nein, die Gegner hier. Was ich gar nicht mehr habe, die wir vergessen. Vater unser. Hey, weiter weg. Oder Dalo unser. Oh, later. Ich denke, wahrscheinlich, sie hätten ein gutes Match, aber verlieren halt. Die stehen halt zu zweit die ganze Zeit auf der Brücke. Da kann man nichts machen. Also ich kann nichts machen. Ich glaube, die meisten Gegner können einfach rechts oben die Leiste nicht lesen. Ja, Moment. Aber noch sie sollen, wenn sie gewinnen auf Zeit, ne? Die haben zwei Spons. Aber wir haben wenig Spons. Oh, wir haben B gar nicht? Ja. Was soll ich denn? Ja, ich bin da am Clearen gerade. Yes. Bei mir kommen jetzt gleich zwei. Bei mir sind jetzt gleich zwei. Wenn ihr... Ja. B ist unser. Soll ich zu C oder 2? Zwei immer auf C. Die halten da Händchen. Also, alles gut. Gehen wir zu C, Gibi? Äh, ich habe hier zwei gegen mich. Die kommen auch runter. Ja, ja, ich weiß. Deswegen. Ich komme nicht auf den anderen Weg. Ich habe keine Ausdauer mehr. Also, sie müssen jetzt herkommen. Die sind unten. Die sind alle. Alles klar, Leute. Mein Spot ist weiterhin clear. Ich sage euch, wie es ist. Sehr schön. Das ist die Definition von Super Wild hier. Oh, oh. Wird dann noch knapp? Oh, wird knapp. Er ist wild. Oh, er hat keinen Ausdauer mehr. Oh, was da bei euch losgibt hier? Ich glaube, der Abgrund, glaube ich. Was ist das denn? Oh, was ist da passiert? Ich war verwirrt. Ja, das ist auch mein Gemüsezustand meistens. Oh, das ist mein long-lost brother. Vampir? Kann nicht schneller als so sein. Du musst schneller drücken. Au, das war ab. Hä? Was schneller drücken? Linker Trigger, schneller reindrücken. Oh, die kommt nochmal wieder, Leute. Die kommt nochmal wieder. Ich sage euch, wie sie ist. Wir sind nochmal hot. Hallo. Jawohl, Gibi. Die Verstärkung ist da, Vex. Kommen die alle zu euch? Die kann auch weh. Yo. Ne, nur die zwei Dulis hier. Da ist der Schogedi. Da ist der Schogedi. Und der letzte? Da ist doch einer, glaube ich, irgendwie hinter mir. Ne. Doch. Doch, doch, doch. Okay, alle bei euch. Ich bin unterwegs. Die sind aber nicht hier gefinisht. Ach Gott. Oh nein, ihr habt sie schon, bevor ich da bin. Ich bin so langsam. Ne, ne, die holen uns. Ich bin auf dem Stein geklatscht. Dann musst du noch kurz aushalten. Ich bin down. Nein, dann heben wir echt alle auf uns. Oh nein. Das ist genau, was wir nicht wollen. Da ist eine Falle. Da ist eine Falle vom ganz rechten Ding. Alter. Alter, der russische Bot hat mich den Stein runtergeworfen. Rechts nicht hochlaufen. Nicht die erste hochlaufen. Lass uns die B holen. Och, hätte er mich nicht angegriffen. Dadurch war ich in Blocks dann. Das war ärgerlich. Wir haben bitte noch. Ne, haben wir nicht mehr. Ne, ne. Pass auf, die können sich jetzt auf A nochmal holen. Mhm. Ich geh mal auf A. Lass uns erstmal A und B halten, bis wir bei 1.300 Punkten sind. 1.200. Oder 1.500. Ne, 1.200. Hätte ich auch so gesagt. Weil wir nur zwei Spots haben. Über 2.000. Ja, auch. Wenn wir über 15.000 sind, haben wir gewonnen. Da ist einer alleine in der Mitte. Lass den nicht zu seiner Gang. Schorgetti. Schorgetti, was geht ab, Boy? Schorgetti. Heute besonders süß drauf. Okay. Jetzt können wir fighten gehen. Ich hab hier, bei mir sind drei. Ja. Alles gut. Wir müssen Schokette jetzt wegmachen. Okay, ein bisschen Abstand nehmen, oh Gott. Ein bisschen Hilfe können die aber gebrauchen. Ich hab hinten bei dir. Ja, wir können dich. Schade. Ja. 4. Gute Arbeit. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Bei mir sind immer noch zwei. Ach, was? Den hier gefinisht. Ja, ja, die meine low. Also, beide machbar. Die laufen zum Spot zurück. Können mich auch aufheben. Hab ich die hier nicht heal? Was ist das? Lass mich nicht mehr nochmal an einem rechnen da von denen. Okay, GB, wir beide jetzt. Two on two. Wen willst du? Ja, let's go. Alleine können die nichts. Ja, ich weiß. Ich renne durch. Ich renne durch. Okay, Centurio nach mir. Gut, ich hab mein Duell gewonnen. Was ist mit dem? Du bist dran. Ey, was hast du jetzt? Nimm den, greif den an. Der läuft doch nur weg. Ja, drauf jetzt alle. Los, hinterher. Oh Mann, ich hasse so Leute. Wir wollen, rennt der. Ja, einfach nur weg. Der wird gleich runtergeschubst. Wir haben ihn gleich. Gleich ist er in der Sackgasse. Wow. Ist er runtergefallen. Der hat wieder runtergeschubst, ja. Oh Gott, ich wär auch fast ruhig voll. Ja, das ist der Plan gewesen. Krass. Gute Runde. Guck mal, Pia, du hast noch eine gute Runde. Das war nice. Aber etwas wegen Mainstream nicht zu mögen, ist auch ganz schön Mainstream, oder? Das ist richtig Mainstream. Das ist so richtig pubertär. Schnell wie der Wind. Let's go. Oh, ob ich mal bei Ubisoft anfangen lasse, dass ich einmal so ein Voice-File haben kann, was einfach für eine Woche drin ist, in dieser Startsequenz. Hört doch eh keiner hin. Ja, keine Ahnung. Das hört doch eigentlich eh keiner zu. Abonniert da, du Klapp. Ja, und dann schreien alle. Ja. Das ist doch wirklich, das wäre doch ein guter Roll. Zwei auf C. Zwei auf A. Ja, geil. Das wird scheiße auf C. Ja, bei mir wird's auch nicht besser. Da müsste wenigstens Bea klappen. Hä? Die Pia kommt jetzt auf C und wird euch retten. Läuft's bei dir, Pia? Weißt du was? Du kannst einfach mal die Klappe halten. Oha, schau's feiern. Ja! Let's go. Das war dein Fight? Ich, ich, könnte mich ja nur... Läuft's bei dir, Pia. Siehst, dass ich im Sterben bin. Zwei gegen ein. Das war dein Fight? Was ist das mit dir? Ach, das waren zwei? Ich hab nur eingesehen. Ja, der andere kam von hinten. Also ich war da zwar schon tot, fast tot, aber trotzdem waren das zwei. Der Brior. Er fällt aber auch auf die billigsten Moves rein, ey. Moves, die billigsten Moves. Oho! Der Black Pia musste erstmal einen neuen Job suchen nach dem Kappen. Brech. Pass auf, du stützt dich in den Medienzwecks. Alles gut. Oh nein. Hilfe. Gibt's hier irgendwo was, wo ich mich reinstecken kann, ob ich zahlen? Also Kenzei und Nobushi sind nicht so pralle, oder? Nee, die hatte ich im Tour-on-One gemacht, aber ist natürlich trotzdem ärgerlich, weil die Kicks von den Nobushi trotzdem nerven im Tour-on-One. Die Nobushi hatte ich im One-on-One weg, also dann kam Kenzei dazu, dann hatte ich Rage und ich hab halt fast noch Kenzei weggemacht. Also Nobushi war weg. Ja, wenn ihr sie weiter an die Wand lockst, ah nee, das wird nix. Ich kann gar nix an die Wand locken, ich komm gegen den Busch hier nicht klar. Wo stehst du gerade? Der wächst, du kassierst gerade. Ja, okay. Scheiße, jetzt hab ich... Hast du das nicht vollkommen, das happened? Alles übergenommen? Drei mindestens. Ich find's cool, dass du gefragt hast, wo ich bin, Rex. In der Mitte, da musst du auch sein Teutel. Ja, ich hab da... Ich hab wieder den Kursen. Okay. Also auf 10? Einfach Stree-Landschaft. Und... Ich hab nochmal zwei hier. Also jetzt hab ich drei mittlerweile wieder. Ja, der vier ist 40. Ich glaub aber nicht, dass das ein Problem wird. Mir fehlt der Gegner, da ist eigentlich Bots. Bitte sag das nicht, ich verliere nämlich auch gegen die Bots. Ne, weil ich seh einfach keinen, die sind irgendwie nie da, bitte. Die waren grad da. Ja, das ist merkwürdig. Scheiße. Das ist scheiße. Ich hätt die alle drei haben können. Ich hatte nur nen schlechten Mittelpart in dem Kampf. Das hab ich auch schon sehr auf bei CSGO gesagt. Ja... Ja, aber das war wirklich... Ich hab ihn nur falsch entschieden. Der macht diese Side-Dash von... Also wenn der nach rechts dasht, denkt dann, der kommt von links. Ja, das ist ne... Daran scheitert's bei mir nicht. Der Items, äh... Pia weg. Holy shit, boy. Ich hab den Appletz. Los, Leute, das Match haben wir. Das Match haben wir. Die sind machbar. Natürlich haben wir das. Er greift zu schnell. Los, Gesicht XD. Du hast an den Armbrust Dingern oben jeweils einen. Der trifft eh nicht. Sehr gut. Immer Ausweichen wegs. Wie Ninja. C hab ich. Ja... Wenn ich Glück hab... Oh, nein, Ninja weg. Ja, lass nur eins weg. Jawoll, Pia. Ja, ich... Oh fuck. Nein, ich choke. Oh, nicht schlecht. Na, das war so gut. Ich glaub aber nicht. Ich versteh's nicht. Wieso? Wenn wir ins Gold leuchten vielleicht nicht eingreifen... Fugner nun perfekter Es! Ja, darum geht's gar nicht. Also ich denk mich an diese Dinge. Er leid parryt mich. Weil da hab ich mir auch nicht gedacht. Aber ich wüsste es eigentlich besser. So, Team! Ich mach ein paar Minions in der Mitte weg. Ran jetzt. Ne? Wir kommen zurück Soldat. Los, los, los. Ist noch nicht vorbei. Wir brauchen noch mal was. Hippi, komm mach die da nass auf C. Hm. Ah, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich bin wieder tot. Ich hab den nicht gesehen. Ich war im Clear. Scheiße. Sehr gut, sehr gut. Dann halten wir erstmal ein bisschen. Weil die sind 3 in der Mitte. Die zergen viel rein. Aber weg macht Peck-Mech. Ich mach die zu Hackfleisch. Und dann kriegst du. Oh nein, ah! Ich dachte du grillst dich. Ich wurde gegrillt. Aber jetzt sehe ich aus, als würdest du nicht grillt werden. Aber das ist nicht schlecht von hier, muss ich... Egal, ich geh nochmal rein. Der Fly parryt mich komplett weg. Jaja, der Nobushi hat doch ein bisschen was drauf. Aber ein paar Buden steckte trotzdem drin. Ne, der Black Pio. Der Fly parryt mich komplett weg. Au, 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 was ist das denn? Was war'n das? Ist das ein Feuerpfeil? Ja, die... Das ist so'n special. Zwei Stück auf C. Autsch. Auf C. Die machen jetzt C und B werden die bespielen. Wir müssen halt wenigstens schauen, dass wir die Minions da wegbekommen. Dass die B kurzzeitig nicht haben. Ja, die haben ganz harten Fokus auf B. Jaja, die laufen immer zwischen Mitte und C hin und her. Ich muss mich jetzt aufs Team verlassen. Gott, ich bin so gut ausweichen, was denn los? Gibi, du spielst jetzt eine wichtige Rolle. Ja, aber ich krieg's nicht hin. Ich seh's, ist keiner drauf gerade. Kann ich nochmal kurz holen, zumindest. Oh, nicht schlecht. Bei mir sind jetzt zwei, drei... Müsst'n B haben. Bei mir sind drei. Okay, ich kümm' mich jetzt um die mittelsten bei mir. Ja, mittel ist frei. Der letzte... Nobushi ist bei mir. Ne, Kenzei ist bei mir. Ach, Mann. Ja, das ist doch... Ja, aber ich werd' jetzt down gehen gleich. Ich bin down, ja. Also, drei Stück waren da. Das ist aber... Ich würd' sagen, das ist okay. Ja, den vierten. Ja, ja. Also, wenn ich jetzt nochmal spawn... Sehr schön. Der kommt nicht mehr wieder erst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, B halten kurz. Wir müssen B halten. Die werden da runterkommen. Bleib mal da, Joka. Genau, bleib mal bei B. Ja, boah, jetzt räch' ich mich nochmal. Geilo. Ne, bleib bei B. In der Mitte. Jetzt zeig' mir den Ball noch vor. Achtung, oben Armbrust wieder. Ja, ich spawn' jetzt neu. Okay, jetzt gibt's nochmal Dresche. Ja. Einfach am Rand bleiben. Jetzt gibt's nochmal richtig aufs Maul da oben. Yeah. Ja, da können wir schon angestürmt. Wer will jetzt hier Schläge? Zone C verloren. Die haben C. Da, da. Die haben C. Die haben C. Okay. Wie kommen die zu C? Bam, bam. Ich hab C jetzt wieder. Unzack. Unzack. Wir haben zehn. Black Pio ist bei mir. Oh, shit, der hat nur Ancrocapelze. Ja, der ist golden. No, ha, 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 ha. Nope. Nope. Ich kann gegen ihn hier nichts machen. Black Pio ist... Pia, guter Kampf. Nein, 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 nein! Hau auf mit. Oh, ich staubere dich. hab dich gerettet ich tanze auch pia koko oben auf der burg machen wir gehen nicht durch das gehen meine auf armus wieso geht mein viereck nicht durch was heißt denn du mein blog ich der ich werde geblockt und die anderen haben immer fünf sekunden zeit zu blocken ich werde also nicht da habe ich einen 101 gegen den pia nicht mehr gibt es du hast du einen angriff gemacht und wurde es dann gepackt also hast ja dann kannst du nicht gegenpacken dann hast du immer wo ist er denn also wenn du in recovery time gepackt wirst dann kannst du nicht kontern also ich mag die okay lasst mich mal hier okay ja sehr gut den habe ich mir gedacht und was ist mit der kommende bombe wenige minions dann ist er tot ja ich wollte dann das sechfein ohne dass die minions nerven centurio wird zwar wiederum mir so viel spaß macht jeder kampf fühlt sich so als wenn du mitten drin bis